Auf einmal sollen Waffen salonfähig sein. Hört euch an, wie man dies erreichen will. Erstens, wir sollen alle nur noch konsumieren. Zweitens, Erwachsene sollen mit Nachrichten infiltriert werden. Drittens, Indoktrinierung der Kinder durch die Schule, durch die Musik und durch die Apps, die sie auf ihren Handys haben. Viertens, trenne die Rechte von der Linken. Fünftens, trenne die Reichen von den Armen. Sechstens, trennt die Weißen von den Schwarzen. Siebtens, erfinde ein Problem, das aus Lügen besteht. Achtens, bringe es jeden Tag in den Nachrichten. Neuntens, wenn dann die Menschen beginnen zu kämpfen und sich zu spalten, dann übernimm die Kontrolle. Und du hast eine neue Situation gestaltet und du hast es geschafft mit diesen Waffen. Und da, ich bin geschrieben. Ich höre das Vad pellet heißt. Ich freue mich diese nueva gemacht.